Wir leben jetzt wirklich in sehr herausfordernden Zeiten und freuen uns schon, wenn wir unsere Geschäfte wieder aufspüren können, dass sie wieder einkaufen kommen können. Es betrifft nicht nur uns Unternehmer, eigentlich alle. Es geht um unsere Arbeitsplätze, um die Lehrlingsausbildung und um unsere Lebensqualität. Dazu gibt es die Werthofener Gutscheinkarte, die im Stadtmarketingbüro und im Tourismusbüro erhältlich ist. Jetzt sind die Geschäfte voll, die Auswahl ist groß. Nutzen Sie Werthofen als Ihre Einkaufsstadt.